Es ist wieder soweit, wir starten den Wettlauf gegen die Zeit. Mein Name ist Arne und ich begrüße dich zu Beat the Time Level 2. Wir werden neue Herausforderungen, neue Übungen haben und immer nach dem Prinzip, eine Minute durchzuhalten. Kämpf dich Sekunde von Sekunde durch, versuch das Maximum aus deinem Körper rauszuholen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Beat the Time oder bei den anderen Kursen wieder. Ich danke dir.